Ja, hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Durchstarterin 2016 und ich freue mich sehr, dass Katja zu Besuch ist, hier und gleich mehr über ihr Business erzählen wird und auch über ihre Erfahrungen mit Online-Marketing, denn sie unterstützt Unternehmer in einer Reihe von Bereichen und was sie da ganz genau macht, das wird sie uns jetzt gleich erzählen. Aber zuerst mal freue ich mich sehr, dass sie da ist. Hallo und herzlich willkommen, Katja. Super, dass du dabei bist. Ich grüße dich auch, liebe Mara. Ich freue mich auch sehr, dass ich da mit dir bei diesem Interview dabei sein darf. Ja, erzähl doch mal. Du hast mir gesagt, dass du Unternehmer in verschiedenen Bereichen unterstützt. Was machst du da ganz genau? Ich unterstütze schwerpunktmäßig Unternehmer, sich so auf ihr Business konzentrieren zu können, dass sie sich wirklich um ihr Kerngeschäft kümmern können. Das heißt, ich unterstütze Unternehmer in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, rechtlichen und auch organisatorischen Themenstellungen. Sprich, arbeite mit ihnen betriebliche Konzepte, Finanz- und Investierungskonzepte aus, auch organisatorische Strukturen und versuche eben da, die Unternehmer so zu unterstützen, dass sie sich wirklich auf ihre Kernkompetenzen verlassen und auf die konzentrieren können. Also was ist da ein Beispiel zum Beispiel von den Kunden von dir? Also wenn du sagst Kernkompetenzen, was wäre das dann zum Beispiel? Ich arbeite sehr viel mit Leuten aus alternativen medizinischen Bereichen, sei es jetzt Chiazo-Praktiker, Coaches, Therapeuten, Ähnliches, die eben sehr viel mit ihren Kunden arbeiten und die mich um Unterstützung bitten, wenn es darum geht, wie kann ich eine Preisfindung für meine Dienstleistung angehen, welche Preise soll ich wofür verlangen, wie stelle ich mein Buchhaltungssystem auf, was ist zur Berücksichtigung in Richtung steuerliche Komponenten, wie kann ich sicherstellen, dass ich gut verdiene und mir trotzdem vielleicht mit Sozialversicherung oder Finanzamt dann am Ende des Jahres um die Ohren fahren und Vorschreibungen tätigen, die ich gar nicht so vorbereitet habe. Um all diese Themenstellungen kümmere ich mich für meine Kunden. Okay, das ist wunderbar. Das heißt, dann können sich die Kunden wirklich zum Beispiel auf das konzentrieren, was sie am liebsten machen. Also zum Beispiel wirklich die Behandlungen mit ihren Klienten oder Patienten, also sich wirklich so auf die Menschen einstellen, weil oftmals sind ja diese Menschen nicht oftmals die, die jetzt so gerne sich in betriebswirtschaftliche und rechtliche Themen zum Beispiel hineinfuchsen. Genau, und das ist dann der Punkt, wo ich sage, das interessiert mich extrem. Da kenne ich mich auch wirklich sehr gut aus und habe festgestellt, wenn man da die Unternehmer unterstützt, dann können sich die wirklich ausschließlich auf ihre Kunden konzentrieren. Ja, wunderbar. Sag mal, wie bist du denn zu diesem ganzen Thema Online-Business gekommen? Also ich habe auch gelesen, du hast auch geschrieben, du findest auch sehr interessant und spannend, eben diese Möglichkeit auch des skalierbaren Business. Das heißt, wo stehst du da derzeit und wo möchtest du hin? Ich stehe derzeit für mich an dem Punkt, dass ich sage, ich habe bis dato schwerpunktmäßig diese Beratung oder diese Dienstleistung im 1 zu 1 Coaching angeboten. Ich habe aber festgestellt, dass man da zum einen nur einen bedingten Unternehmerkreis erreichen kann, weil ja auch mein eigener Tag irgendwann mal enden wollend ist. Und habe festgestellt, dass es gerade in Zeiten, wo es mit moderner Technologie, Internet, dass es da auch die Möglichkeit gibt, über Online, sei es jetzt durch Skype, trotzdem in der 1 zu 1 Beratung zu bleiben, aber auch gewisse Themen, die für alle gleich sind, wie Sozialversicherungskermine, steuerliche Komponenten, die in einer Form Online zur Verfügung zu stellen und eben da dann wirklich die Zeit oder meine eigene Zeit skalieren zu können und da eine breitere Zielgruppe zu gehen zu können. Und da bin ich gerade im Aufbau dieser Aktivitäten. Das ist ja super. Magst du vielleicht mal kurz für jemanden, der nicht so genau weiß, was das jetzt bedeutet, Zeit skalieren etc., mal kurz erklären, was das ist und warum das interessant ist für jemanden, der Coach oder Dienstleister ist? Das denke ich mir ist insofern interessant, weil ich festgestellt habe, dass gleiche Themenstellungen bei sehr vielen auch in gleicher Art und gleicher Intensität vorkommen. Und man dann selber auch viel Zeit für Dinge investiert, die man, wenn man sie anders organisiert, viel schneller abarbeiten kann, effizienter abarbeiten kann und sich so dann eigene Zeit freispielt für unterschiedliche andere Aktivitäten, die einem persönlich wichtig sind. Also ich kenne dich ja jetzt nicht so gut, aber ich würde jetzt mal dich so einschätzen, dass du auch ein sehr strukturierter Mensch bist, oder? Das heißt, du bist sicherlich auch sehr gut darin, so Prozesse aufzusetzen, oder? Und irgendwie so die dahinterliegenden Strukturen zu finden. Und wenn man diese Stärke hat, dann ist natürlich dieses Business-Modell ein besonders interessantes. Genau, da denke ich, hast du den Nagel durchaus auf den Kopf getroffen. Ich würde mich selber als absolut strukturiert und organisiert bezeichnen. Und für mich ist es eben extrem wichtig, dass, wenn ich an Themen arbeite, immer versuche, einen einheitlichen Prozess zu finden, der dann auf sehr viele Personen, sehr viele Unternehmer anwendbar ist. Und dass man da den größten Vorteil ziehen kann. Seitdem du angefangen hast mit diesem Thema Online-Marketing, was waren da so deine größten Erfolge und was waren auch die größten Herausforderungen? Der größte persönliche Erfolg war für mich, dass ich mich einfach über dieses neue Geschäftsmodell drüber getraut habe. Ich habe das ja schon ein bisschen, insbesondere auch bei dir, über die Zeit mitbeobachtet, wie das gehen kann, was man da alles angehen kann. Und habe dann ein bisschen überlegt, ist das für mich der richtige Zugang. Habe aber dann festgestellt, dass ich durchaus auch sehr technikaffin bin. Und ich da nicht irgendwelche Berührungsängste habe. Und mich eben da entschlossen, diesen Schritt zu gehen. Eine der größten Herausforderungen für mich in dem Kontext ist, dass es einfach eine irrsinnig hohe Konsequenz benötigt, um da wirklich am Ball zu bleiben. Das wohl wahr. Da bin ich auch sehr ehrlich, also so davon auszugehen und sagen, ich probiere da jetzt ein bisschen und dann stellen sich die Erfolge von alleine ein. Nein, das kann ich auf keinen Fall unterschreiben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was ich mir aber vorstellen kann, und das Denkpunkt ist eben dieses Geschäftsmodell für mich so interessant, wenn man es wirklich geplant, strukturiert und organisiert aufbaut, dann kann das der Erfolg werden. Also davon bin ich absolut überzeugt. Und ich bin auch überzeugt, dass das der Weg der Zukunft ist. Also ich glaube, du triffst den Nagel total auf den Kopf und genauso sehe ich es auch. Also ich glaube, es ist ein unglaublich gutes Geschäftsmodell. Es ist aber keine Wunderpille. Also es ist sozusagen... Genau, genau. Aber Wunderpillen gibt es auch keine. Zumindest habe ich sie noch nicht gefunden. Eben, eben. Also es ist im Endeffekt genauso harte Arbeit unter Anführungsstrichen. Aber, und das finde ich ja auch so schön in den Dingen, die du erzählst, ist, ich persönlich liebe ja das, was ich tue. Also ich empfinde die Arbeit in dem Sinn nicht als Arbeit, sondern ich freue mich, dass ich diesen Job tun kann, dass ich da Unternehmer begleiten kann. Und demzufolge finde ich es auch nicht anstrengend oder störend. Und bin eben sehr gerne bereit, auch diese Konsequenz voranzutreiben und diesem Weg mit größter Konsequenz zu folgen. Das heißt also, bei dir sind jetzt alle Unternehmer richtig? Also das heißt, wenn du das jetzt siehst und sagst, wow, also das finde ich total toll, also für diese betriebswirtschaftlichen, rechtlichen Fragen, da habe ich mir immer schon Unterstützung gewünscht, dann bist du die richtige Ansprechperson. Und kannst du ein bisschen beschreiben, wie begleitest du dann oder unterstützt du dann deine Kunden? Ja, es gibt da zwei Möglichkeiten, die man einschlagen kann. Je nachdem auch, wie strukturiert oder organisiert der Unternehmer ist. Das heißt, dass man das mehr oder weniger in Eigenregie abarbeitet, mit insofern Online-Unterstützung, dass es Tools gibt, Plattformen gibt, wo ich beispielsweise einen Unternehmensplan für das Unternehmen errechnen kann. Kann aber auch dann in diese Stufe gehen, dass man sagt, es gibt so eine Kombination aus Online-Eigenständigenarbeiten mit Gruppenarbeit bis hin zu Eins-zu-eins-Unterstützung. Also das biete ich sehr breit an, weil ich auch aus der Erfahrung vielleicht nicht jeder das so ganz alleine ohne Unterstützung bewerkstelligt. Wow, also das finde ich ja total super, wie du das beschrieben hast. Das heißt, mir bleibt hier zu sagen, also wenn dich dieses Thema anspricht, also wenn du Unternehmer bist, wenn du da Unterstützung gerne möchtest, dann nehme ich an, der beste Schritt wahrscheinlich auf dich zu ist, mal im ersten Schritt auf deine Webseite zu gehen, oder? Genau, genau, genau. Magst du deine Domäne auch noch mal sagen? Magst du noch mal sagen, deine Domäne, wo man dich genau findet im Internet? Mich findet man unter www.katja-putzenlechner.eu oder auch AT oder COM, also gehen alle drei Varianten. Und der erste Kontakt mit dir, ist das dann ein Erstgespräch oder ist das ein Webinar oder wie funktioniert das dann bei dir? Ich biete in Kürze ein Erstgespräch an, sozusagen ein erstes Kennenlerngespräch, um einfach mal abzustecken, ob das mit der Chemie passt, weil etwas, was ich für mich auch über die Jahre festgestellt habe, und das soll es in keinem Fall wertend in die eine oder andere Richtung sein, Erfolgreich kann eine Zusammenarbeit sich nur dann gestalten, wenn die Chemie stimmt. Oh ja. Und selbst das größte Geld würde ich mir... Wir und den potenziellen Kunden stimmt nicht. Also das ist so ein erstes Abstecken, ob die Grundvorstellungen ident sind, ob man auch miteinander gut kommunizieren kann, ob ein Vertrauensverhältnis sich entwickeln kann. Und wenn der Punkt gegeben ist, dann startet die Zusammenarbeit. Also ich bin auch jetzt weggekommen von dem Punkt Kunden aufbiegen und brecken. Das ist am Anfang vielleicht okay, aus finanziellen Gründen, aber mittelfristig absolut unbefriedigend. Genau, man wird einfach selektiver dann mit der Zeit und man spürt eben auch mehr, was passt zu mir. Und im Endeffekt, das ist ja auch etwas, das kann man auch Unternehmern mitgeben. Also die falschen Kunden anzuziehen und mit denen zu arbeiten, das ist vielleicht kurzfristig interessant, aber langfristig merkt man dann, dass einem das ganz schön viel Geld kostet eigentlich. Ja, und auch irrsinnig viel Energie. Weil ich ja auch für mich den Anspruch habe, ich will mit jedem Kunden gerne in die Arbeit gehen. Es soll halt mir Freude bereiten, weil nur wenn ich da sehr freudig dran bin und mit vollem Enthusiasmus, dann stellt sich ja auch beim Gegenüber der Warte der Folge ein. Das hast du wunderschön gesagt. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, nutze die Gelegenheit, also gehe gleich auf die Webseite von der Katja, trage dich ein, melde dich an für so ein Gespräch, schau, was dann Möglichkeiten gibt, weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man beginnt, sich wirklich auf das zu konzentrieren, was man am besten kann und wo die eigenen, wie du es so schön genannt hast, Kernkompetenzen liegen, dann setzt das eine unglaubliche Energie frei, in den Bereichen, wo man eben richtig gut ist, indem man das ja delegiert oder sich da Hilfe holt, kann man eigentlich sagen, wo man selber nicht der Experte ist und das ist eine ganz, ganz wunderbare Business-Entscheidung. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst. Vielleicht noch eine letzte Frage fällt mir gerade ein. Was sind denn so deine Tipps für eine Unternehmerin oder einen Unternehmer, der jetzt noch ganz am Anfang steht, also der sich vielleicht auch überlegt, irgendwo ja Online-Marketing, Online-Business, das finde ich total interessant und spannend, da würde ich gerne was machen. Ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob ich es machen soll und wie. Hast du da so zwei, drei Tipps auf Lager für so jemanden? Trifft sich insofern gut, weil ich erst vor einiger Zeit einen Blogartikel dazu geschrieben habe, auch unter dem Thema, wie gefährlich ist die Selbstständigkeit. Weil ich finde es immer ganz schlimm, wenn erzählt wird, Selbstständigkeit ist zu gefährlich. Also ich bin ja für mich zu dem Schluss gekommen, es ist genauso gefährlich, wie wenn ich über die Straße gehe und mich ein Auto irgendwie anfährt, wenn ich einige Voraussetzungen erfülle. Also der erste Punkt ist, dass man etwas können muss. In welcher Art auch immer, aber ich würde keinem empfehlen, sich mit so Halbwissen in irgendeiner Form in die Selbstständigkeit zu stützen. Also das heißt, es braucht Fähigkeiten, die ich in irgendeiner Form an den Kunden bringe. Ich denke auch, oder ich bin mir sicher, dass es einen Plan benötigt. Also einfach mal anzufangen und zu sagen, naja, da wird schon irgendwas jetzt rauskommen. Das kann gehen. Es gibt immer wieder auch Exempels, die das statuieren. Ich würde aber jetzt nicht davon ausgehen, dass das für alle in gleicher Art so trifft. Das heißt, da ordentliche Planung. Ein gewisses Risiko ist immer drinnen, aber ich denke, es gibt ein planbares Risiko. Und der dritte, aus meiner Sicht wesentlicher Punkt ist, ich brauche eine Zielgruppe. Denn wie den Personen, die alle unterstützen, unterstützen im Endeffekt keinen einzigen. Also jetzt weg von diesem, ich kann von A bis X alles tun, weil dann fühlt sich auch das Gegenüber gar nicht angesprochen. Dass es irrsinnig wichtig ist, je schärfer die Zielgruppe, je präziser die Zielgruppe, desto größer die Erfolgswahrscheinlichkeit. Also das wären so die ersten drei Tipps, die ich so mal ganz an den Anfang stelle. Ja, vielen Dank. Das sind drei sehr wertvolle Tipps und ich würde ihn gerne um einen Tipp noch ergänzen. Und zwar such dir wirklich kompetente Hilfe. Das heißt, wenn du an dieser Position stehst, such dir Hilfe, so wie bei der Katja. Die kann dich ja nicht nur dabei unterstützen, dir diese Tipps jetzt so zu geben, sondern die auch wirklich, ich sage mal, zu implementieren in deinem Business und die wirklich für dich anzupassen. Und das ist einfach sehr, sehr gut investiertes Geld, kann ich einfach nur aus eigener Erfahrung sagen. Also wir sind inzwischen so, ich lasse mich bei allem coachen. Früher wollte ich immer alles alleine machen. Gott sei Dank mache ich das nicht mehr. Und seitdem ich das mache, muss ich sagen, läuft es viel, viel schneller und viel, viel runder. Und ich kann mir viel Zeit, Ärger, Geld und Nerven im Endeffekt ersparen. Nein, das kann ich im Endeffekt nur ganz, ganz massiv unterstreichen. Auch ich selber suche mir immer wieder externe Unterstützung, weil es gibt einfach Dinge, wo ich sage, das kann ich mir vielleicht auch alleine arbeiten. Ich bin aber viel effizienter und schneller, wenn ich mir wirklich professionelle Unterstützung dazu hole. Wunderbar, super. Dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei warst. Und alles, alles Gute für dein Business und natürlich für die weitere Entwicklung, jetzt auch online und in die skalierbaren Geschäftsmodelle. Vielen lieben Dank auch an dich, liebe Mara, an der Stelle für dieses tolle Interview. Ich habe es sehr spannend gefunden und habe mich eben sehr gefreut, dass ich da in diesem Interview bei dir teilnehmen durfte. Sehr, sehr gerne. Danke. Vielen Dank.